hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ein bisschen spät heute aber es ging leider nicht her und ich habe heute das spiel crystal born also ich bin auf die jagd nach dem ticket spiel gerade drunter geladen pli pablo wie immer und so weiter und auf jeden fall spiel crystal born sound habe ich drin gut jetzt kommen die updates ich bin mal gespannt wie das spiel wird das sah ein bisschen interessant aus so art ich würde schach hier zu sagen hier so ein hexafelder geht man weiter und das sieht halt ein bisschen interessant aus muhahaha ich wollte mich auch für mein handy auf so risiko runterladen aber wenn das so ähnlich ist euch ich lade ich mir das runter bislang sieht es noch ganz interessant aus und lichtschwert fast dort und verstärkung und verstärkung und 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 Nice, nice, nice! Sieg! Darauf! Immer dem Finger hinterher, so wie bei den meisten Spielen. Ah, das ist auch schön. Automatik. Also zurücklehnen und zugucken. Oder wenn man gerade beschäftigt ist, Automatik machen, laufen lassen. Oh, mein Profilname... geht RedDog? Anscheinend geht RedDog. RedDog 8? Okay, kein Problem. Ich bin der 8. RedDog hier in dem Spiel. Kampf! Kampagne! Automatik noch an, bei zweifache Geschwindigkeit. Ach, gibt's nur 1 und zweifach. Hm, hm. Hm, hm. Also, man muss auch Karten sammeln. Gut. Was ist da drin? Was ist da drin? Wow! Oh, noch einer. Was ist da drin? Ah, der andere sah besser aus. Und noch einer. Meine Güte. Der sieht auch cool aus. So ähnlich wie der erste. Wieviel kommen denn davon noch? Der gleiche? Äh. Langweilig. Die sieht so ähnlich aus wie bei WoW, eine Magierin. Jaina? Äh, den haben wir doch auch schon. Ach, schon wieder der. Wieviel kommen davon noch? Oh, ein anderer. Oder eine andere. Den haben wir schon. Oh, ganz neu. Epik. Nice, nice. Meine beste. Epik. Die ist ja auch Epik. Und die auch. Okay, die und die ist die gleiche. Den habe ich dreimal. Den dreimal. Zweimal. Einmal. Einmal. Und einmal. Okay, dann schauen wir mal, was jetzt noch passiert. Oh, kein Finger mehr. Muss ich jetzt alles alleine machen. Nur für kurze Zeit. Vier Tage noch. Da kann man sich halt Sachen kaufen, so wie es aussieht. Einmal nutzen. Ah. Besitz 250. 250. 250. Ein im Besitz. Heldebeschwörung. Normal. Ach. Normale Beschwörung. Ich habe schon einen Epik. Da brauche ich kein normalen mehr. Events. Das sieht so ähnlich aus wie von Marvel. Dr. Strange. Mit Fantasie. Angebote. Habe ich keine. Auch nicht schlecht. Nachrichten. Hilfe. Welt. Okay. Interessant. Wegixen. Ja. Sammeln. Sammeln. Und sammeln. Was ist das? Ah. Ne. Block will ich nicht. Zurück. Verbessern. Verbessern. Abgeschlossen. Und. Verbessern. Zehn Minuten. Gut. Und hier. Holen. Neu. Für mich ist gerade hier alles neu. Daher ist es egal ob da neu steht oder nicht. Das war hier überall forschen. Guck mal geht alles. Hatzfatz hier am forschen. Zack. Drei Sekunden. Nächsten drei Sekunden. Jetzt geht es hier mit weiter. Ah. 15 Sekunden dauert bisschen länger. Was ist das hier noch? Forschung. Ach. Geht nicht. Okay. Okay. Erstmal überall Level 1. Oder 1 Stern von 5. Oder 1 Punkt von 5. Besser gesagt. Ich denke wenn alle auf 5 sind kannst du den einmal mehr machen. 1 auf 1. Ja. Steht ja auch hier. Du musst das laufende forschen. Ach so. Ich forsche über den anderen. Kann ich hier nichts forschen. Okay. Ne. Ich habe schon fertig. Mega. Na gut. Also das Spiel sieht schon mal sehr interessant aus. Das eine was so aussieht wie Schach in Hexterfeldern. Finde ich auch ganz cool. Das war das hier. Gilden Eroberung. Ja. Das war das. Okay. Das ist nur wenn du in der Gilde bist. Und das andere ist dann wahrscheinlich ganz normales Kämpfen. Ja. Ja. Ach so. Also doch nicht so ähnlich wie Risiko. Aber es sieht auch schon mal nice aus. Gut. Da habe ich da schon mal ein bisschen angespielter Spiel. Ich werde es heute bestimmt nicht weiterspielen. Weil es ist schon halb elf gleich. Den muss morgen wieder früh aufstehen. Daher hole ich mir jetzt mein Ticket. Mein Ticket. So. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao.